hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von bussimulator 18 heute fahren wir noch mal die route 21 bekommen das auf alle fälle durch ich verstehe nicht warum wir das noch nicht bekommen haben weil wir sind die beiden oben genannten routen gefahren haben eigentlich generiere einkommen ich glaube das einkommen kriegen wird das bekommen wir es freigeschaltet wenn das freigeschaltet wurde wenn da die fahrer gefahren sind okay es macht wiederum sinn das dem entsprechend dann wahrscheinlich auch gut und darum müssen wir uns dann auf alle fälle noch kümmern es wird wahrscheinlich mehr zeit in anspruch nehmen gut beginnen wir einfach mal die fahrt wieder mit dem s 416 le business wieder im luke und es regnet wunderbar verwirrt das war richtig hauptbeleuchtung wo war eine scheibenwischer nochmal ich bin verwirrt in der feststellung zu lösen ich bin verwirrt in der tasse von scheibenwischer welche waren das nochmal b ok macht auch sinn b wie b wie scheibenwischer auch wieder herrlich wie schön das wetter hier ist in diesem fall sogar tatsächlich fast wie draußen wobei es hier in sonne wolken regenmix ist draußen muss man halt noch mehr aufpassen dass man keine leute mitnehmen oder schlaglöcher was habe ich habe ich das ist das scheibenwischer ach das scheibenwischer jetzt ist die tale wieder aus der war noch an lassenderweise dann werde ich längere zeit nicht mehr im regen gefahren oder bekommst vor als ob es einen neuen regen sound gibt also für die straße für die reifen so gesehen das wird auch interessant finde dass wir halt nicht wirklich viel von sehen von unserem unserer lichtquelle komm was haben wir noch so vor ich brauche mehrere fahrkarten äh standard drei stück und drücken danke bitteschön eine fahrkarte bitte natürlich doch danke und dann gucken wir nochmal nach na klar hier bitte du hast eine fahrkarte na klar wo hab ich denn ah hier klar war auch nur ein test ob du die hast nächster halt kathedrale nein nicht kathedrale radovanovich brücke also ich muss zugeben die musik höre ich nicht hallo ich hab nämlich nur den nasse fahrbahn gehört aber gut aber gut punkte sind punkte nächster halt kathedrale stadtzentrum und da war nur noch einer hier drin oh sind wir zu früh gefahren? ich hab gar nicht auf achtet scheiße ich befürchte sind wir zu früh losgefahren ich weiß aber gar nicht ich glaube nicht ich hoffe nicht wobei eigentlich zu early event hier anders also von daher haben wir wahrscheinlich mitbekommen müssen das ist ein bisschen holy shit wo war das denn gleich? nächster halt Flusspropenade ach stimmt es war Gruyère sehr pünktlich danke gerne hoffentlich hört es bald auf zu regnen kann ich bitte eine Fahrkarte haben? aber natürlich doch hinter der Leidenschaft ist so eine Geltung danke warte schön alle drin alle drin wir haben noch ein bisschen Zeit hab ich ihn schon wo hab ich denn Augenblick hier gut die hat eine Fahrkarte bekommen dann äh kommen wir ja weiter zur Arbeitergasse nächster Halt Arbeitergasse Nächster Halt Arbeitergasse Nächster Halt Arbeitergasse und Schnee danke so für die extra challenge danke ich mein Seaside und Valley also gut Seaside Valley äh da könnte man ja schon fast meinen sehen das ist halt auch äh ne mit dem Lake Effekt und so weiter der natürlich auch beim Meer ergeben kann dass es halt auch äh Schneefall gibt wo auch immer es die Seaside Valley liegt alter da ist es doch egal in welche Region das ist mehr oder weniger hier Nächster Halt Hauptbahn Absolut pünktlich danke sehr ja absolut pünktlich und das absolut hier gerade wieder rumhaken und rumlecken warum auch immer vor allem der Sound kann ich bitte eine Fahrkarte haben? aber sicher doch danke sehr schön was äh achso hier na klar hier na klar na klar hier bitte Nächster Halt Ambator also ich hätte eher gedacht dass es Ambator heißt nicht Ambator gut so gesehen spricht sie das auch sowohl als auch aus war ein leichtes R und dann haben wir halt auch was A eine Fahrkarte bitte Einzelstandard drucken danke eine einzelne Fahrkarte kommt sofort ich brauche eine Fahrkarte aber sicher doch und wir schnell noch mal kurz hier durch na klar was na wie oft wollen sie die denn noch Augenblick da hab ich ihnen schon gezeigt klar kann man nicht alle Gesichter merken da ist ein Auto okay der hält der hat er perfekt nächster Halt Rathaus dann wollen wir mal zum Rathaus ich überlege mir einen Hund anzuschaffen echt wie kommt's also ich glaube das wäre total schön aber ich weiß natürlich die ganze Arbeit nicht nicht aber ich hätte diesen Burrito nicht essen zu holen danke dass sie so pünktlich sind gerne geschehen eine Fahrkarte bitte oh das war knapp glaube ich nicht drauf äh Einzelstandard drucken danke bitte schön eine Fahrkarte bitte eine Fahrkarte kommt sofort danke dann kommen wir ja schon direkt wieder weiter Nächster Halt Siegelsstraße Endstation bitte alle aussteigen wir halten uns möglichst rechts weil wir wissen hier gibt es bald einen Schlaghoch das wollen wir natürlich unter keinen Umständen erwischen warte denn jetzt warte denn jetzt Sieh dir das an ist das nicht wunderschön also halten wir fest man kann sowohl auf der Ringroute als auch auf der Gürschelroute um sie mal so zu nennen ähm die Zeit eigentlich hat man eigentlich keine Zeitprobleme also eigentlich simpel und easy zu meistern hatte so viele überraschende Wendungen sofern es keine außerordentlichen Events gibt Scheiße hey lange nicht gesehen wie war dein Urlaub in Sunny Springs und da den ganzen Tag nur Sightseeing und shoppen bitte alle aussteigen und da ging gerade der fünfte Stern flöten belastend ah das ist halt echt belastend da ist bestimmt ich fahren aber auch wieder zurück zum Dings ich glaube nämlich Rammstein berühren ist nämlich nicht so ein starkes Vergehen Hängt hier jemand noch? außer der auch keiner es sah gerade kurz aus ob jemand rennen würde aber es waren doch wohl nur die Dings die äh Laterne wie sag ich meine das ist halt nur ein Stern oder sowas oder ein Strich besser gesagt von daher relativ irrelevant sich das zu verkacken eventuell kann man da noch was rausholen oh wirklich ich weiß nicht ob es klüger ist über den Zopp da hinzufahren zum Depot da scheinen die ja immer vorher zu stoppen da bin ich jetzt aber mal gespannt wahrscheinlich reicht das nicht oh kurz vor Level 4 oh das ist doch 5 Sterne ich bin verwirrt ist denn das 5 Sterne? ich habe keinen Entstieg von 5 bekommen what? ok das war scheinbar dann fast 5 Sterne anders kann ich es mir nicht erklären belastend belastend ja ne 381.000 haben wir jetzt bekommen äh 20 hat Geld eingenommen 21 21 auch läuft ähm hä ich verstehe nicht warum wir das nicht bekommen wir fahre die oben genannten Strecken im Loop Modus und generiere Einkommen wir haben 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 Ich versteh es nicht, weil wir haben es ja eigentlich geschafft. Da sind die oben genannten Strecken im Loop-Modus eingefahren und haben Geld generiert. Wähle den Loop-Modus, bevor du die Fahrt startest. Loop. An. Hä? Ich versteh es nicht. Wenn ihr das versteht, schreibt es gerne in die Kommentare, ansonsten google ich mal, ob das irgendwie normal ist. Äh. Was ist jetzt? Hä? Ich glaube es nicht. Wie dem auch sei, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Ich hoffe es euch gefallen und ich empfehle euch dann im nächsten Video wieder. Machs gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.